Es geht los! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Irgendwie ein Pferd schnauben Wer eine Idee hat, steht auf nimmt sich das Papier Geht zurück und sagt etwas dazu Auslan, Hamide und Lippel Einer von euch beschreibt das Bild 2, 3, 4, 5, 6 Und dann gehen die in ihre Position Heute Morgen haben die Kinder gefragt, was war eigentlich der schönste Moment in dem Projekt für sie Und da haben sie gesagt, der Auftritt, auf der Bühne zu stehen Und unser Stück zu zeigen, das wir in den letzten zwei Wochen erarbeitet haben Awe anderen Von der Bühne zu können Boge Untertitelung des ZDF, 2020